Liebe Männer, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum internationalen Weltmännertag! Ja, in der heutigen Folge Cates Kamera zeigen wir euch, wie Frauen ihre Männer gerne hätten und wie es in Wirklichkeit aussieht. Erstens, handwerkliches Geschick. Jeder dritte Mann meint ja, dass er der absolute Superhero wäre, wenn er irgendetwas repariert. So sieht es wirklich aus. Zweitens, Umgang mit Krankheiten. 15% der Frauen finden ja, dass ihre Männer viel zu wehleidig sind. So würden wir uns unsere Männer wünschen, wenn sie krank sind. Quatsch, Fieber. Quatsch, Fieber, es ist warm hier drin. Komm, so, das ist ein bisschen Arbeit. Und so sieht es wirklich aus. Fühl mal, ich bin ganz heiß. Wirklich, das war's mit dem Webo. Drittens, Situation richtig einschätzen. Unsere Männer wissen natürlich immer, was sie sagen müssen, um uns Frauen zu beeindrucken. Äh, okay, das soll Rosengröße 38 sein. Vielleicht ein bisschen eng auch, ne? Viertens, ganze 61% von uns Frauen finden es total männlich, wenn ein Mann Erfolg im Job hat. Ich hab euch das hier nochmal aufgemalt, Freunde. Also, das ist wirklich wichtig, das hier, ne? Ihr seht das ja. Und so sieht es wirklich aus. Und fünftens. Angeblich ist für 50% der Frauen Humor das allerwichtigste bei einem Mann. Und ich dann so zu ihr. Kannst du vergessen. Weil das ist so witzig. Ja, oder? Und so sieht es wirklich aus. Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Ne Nuschel! Das waren meine Top-5-Situationen. Ja, ich brauch gar nicht zu fragen, ob sich der eine oder andere wiedererkannt hat, weil wir wissen ja alle, dass es wirklich so ist. Liebe Männer, feiert trotzdem noch schön Internationaler Weltmännertag. Hey! Das war Cates Kamera für heute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, dann gebt mir einen Daumen. Yeah! Und unter mir der riesige, fette, rote Abonnieren-Button. Da unbedingt draufklicken. Und auf dieser Seite findet ihr die letzte Folge Cates Kamera. Da ging es nicht um Männer, sondern um die nackte Wahrheit über Frauen. Ansehen auf eigene Gefahr. Das war's für heute. Dankeschön. Wir sehen uns! Fertig!